So, heute eine neue Ausgabe von Robin und Anna angeln. Heute in Westaustralien. Neues Equipment. Neues Equipment kann man heute leider nicht so gut erkennen wahrscheinlich, weil es ja dünn ist mit der Angelsehne. Aber wir haben leider noch nichts gefangen. Aber es kommt noch. Wir haben aber dafür schon zweimal einen Delfin gesehen. Den konnte ich leider nicht filmen, weil er dann schon wieder weg war. Aber bis zum nächsten Mal. Oder bis dann. Tschüss. Untertitelung. BR 2018